Ihr werdet dann auch beim Let's Play sehen, dass die Grafik noch nicht so ganz. Das wahre ist, es kommt einfach daher, dass ich noch nicht herausgefunden habe, welches Programm ich jetzt für die ganze Scheiße benutze. Das müsst ihr jetzt nicht schreiben in die Kommentare wegen der Grafik, weil ich da eigentlich schon weiß. Nur so neue Dinge, mit mehr Reden oder sowas. Oh toll. Auch toll. Sehr gut. Ähm, wechseln sie sich. Ja, muss ich nochmal einen Moment. Schaffen wir den Packis. Ach, naja gut, Pioniere kriege ich sogar noch. Zielposition erstmal. Ich glaube, ich muss zurückziehen, oder? Äh, noch ein Moment läuft eigentlich gut. Komm, den Packst. Ach, Scheiße. Pioniertrupp bereit. Ja. Wir haben das jetzt im Sommer. Ja. Ich geh jetzt auf Stürm und dann dürfte eigentlich hinhauen. Jawohl, wird gemacht. Ich will, dass man im Moment noch so kleines Waffen Ding hier verlegt. Lasst uns mit dem Bau beginnen. Sollen sie kommen. Sollen sie kommen. Ja. Dann schicke ich auch mal den zu drehen. Angriffsreserven bereit. Ah, geht eigentlich. Fuck. Volksgrenadier unter Beschuss. Los, schwingt die Hufe. Halte das Gebäude. Kampfkraftzentrum fertiggestellt. Gewehrfeuer! Sie müssen nun den Propagandakrieg einleiten. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Sturzpunkt an. Einfach mal zur Baracke. Da ich mir vorne noch mehr Einheiten holen kann und hier was steigt. Der würde geschwinden. Das wäre irgendwie vollkommen unnötig. Dann brauche ich jetzt erstmal Panzer, das Zeug. Bereit. Wechsle Position. Fertig. Mann, Gott, ein Wüfter. Bereit. Vorgelagertes Hauptquartier errichtet. Oh, wie schön. Ja? Ja. Nehme Zielposition ein. Nehme Zielposition ein. Uh. Stoastrop und. Ich brauche noch eine spezielle Diast. Der legt Mine und Springsätze. Na, hab noch nicht genug Hilfe. Wir Ritterkreuzträger. Liege unter Beschuss. Ziel. Erobern die Zielposition. Zielposition. Zielposition wird eingenommen. Ich verstehe irgendwie den Sinn von den Ritterkreuzträgern. Ich bin jetzt ja ganz. Ich könnte eben ja auch einfach mal erklären. Mit Angegriffen. Panzerkommandatur fertiggestellt. Sollen wir irgendwas bauen? Königstiger. Ah. Ah, ja. Veteranenstatus erreicht. Ja, das läuft eigentlich noch und da oben auch. Pioniertrump bereit. Also. Erstmal chillen. Warte. 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 Dann passt schon irgendwie. Tiger muss ja auch mal sein. Wir haben eine Steinsstofflage. Ah. Schicke Sache. Wo ist unser Ziel? Die kalten Eroberten. Das Gebiet unseres Wasserlandeskundes an. Warte. 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 Ah, sollen sie sich nicht so anstellen. Ja. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme weitergeht. Was sind das? Aufklärer, der immer scheißer kommt. 175. Jetzt hole ich mir jetzt nur ein Brandenburg an. Fuck. Die Feiglinge greifen unsere vorgelagerten Stücke.